Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial von VideoControl. Ich heiße Christian und zeige jetzt, wie man in Premiere die Zeitverzerrung eines Clips vorwärts und rückwärts aktiviert. Mit einem Rechtsklick auf den Clip aktiviert man den Keyframe unter Clip Keyframes einblenden, Zeitverzerrung, Geschwindigkeit. Diese Funktion findet man auch auf dem kleinen FX-Button oben links am Clip. Jetzt geht man mit dem Cursor an die Stelle, an dem man die Zeitverzerrung aktivieren möchte, hält die Command-Taste gedrückt, klickt auf diese kleine weiße Linie und es entsteht ein Keyframe. Greift man jetzt die Linie und verschiebt sie zum Beispiel nach unten, wird der Clip verlangsamt oder zieht man sie nach oben, wird der Clip beschleunigt. Der kleine graue Kasten zeigt an, um wie viel Prozent. Ich verlangsame hier einfach mal. Greift man jetzt den Keyframe an einer Seite und schiebt ihn mit gedrückter Maustaste zur Seite, entsteht eine Zeitrampe. Dabei interpoliert Premiere die Abspielgeschwindigkeit und es entsteht ein nahtloser Übergang. Die Interpolationsmethode lässt sich über das Kontextmenü auf dem Clip einstellen. Dabei ist erlaubt, was gut aussieht. Man kann die Keyframes auf dem Clip anwählen und mit der Entfernen-Taste oder der Backspace-Taste löschen. Oder mit einem Rechtsklick auf dem Clip Attribute entfernen. Hier deaktiviert man die Haken der Attribute, die man nicht zurücksetzen möchte und bestätigt mit OK. Man lässt die Zeitverzwingung des Clips rückwärts laufen, indem man mit der Command-Taste einen Keyframe auf der Linie platziert. Anschließend mit gedrückter Command-Taste und Maustaste den Keyframe auseinanderzieht. Es sind jetzt drei Keyframes vorhanden. Der erste Keyframe an der Stelle, an der die Manipulation starten soll. Der zweite Keyframe, bis wann der Clip rückwärts laufen soll. Und der dritte Keyframe, der mit dem ersten Keyframe identisch ist. Ich kann hier auch Zeitrampen erzeugen, indem ich einfach die Keyframes auseinanderziehe und dann einen nahtlosen Übergang habe. Ich kann die Keyframes mit gedrückter Maustaste in der Position verschieben. So funktioniert die Zeitverzwingung in Premiere. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, abonniere Videocontrol und klicke auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch.